Hallo, mein Name ist Jana und ich unterrichte an der Volkshochschule Leipzig den 5 Elemente Yoga Flow. Beim 5 Elemente Yoga Flow praktizierst du wohltuende und sterbende Yoga Übungen in Verbindung mit den 5 Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther. Yoga hat mir dabei geholfen, mehr Balance in meinen Körper und in meinen Geist zu bringen. Ich freue mich dich dabei zu unterstützen, den hektischen Alltag hinter dir zu lassen und mit dem 5 Elementen Yoga Flow mehr in deine Mitte zu kommen. Vielen Dank.